so und da bin ich auch schon wieder zurück zu black messer ich nehme jetzt mal diesen weg hier weil hier war ja auch noch was nein dumm so alter das ist doch alles nicht wahr ich habe mir jetzt noch ein paar andere videos anguckt von anderen let's playern die haben es auch nicht so leicht hinbekommen und man muss hier drüber über das ding muss man und das ist scheiße das machen wir jetzt natürlich die frage wortet mal so das ding ist auch eine neue waffe ich weiß nicht was es für viel ist ja irgend so das war natürlich auch schlau habe ich gespeichert nein ich bin sehr hässlich ich bin sehr hässlich alter das ist ja ich weiß da ohne freunde die frage ist jetzt wenn ich jetzt hier speichere ne das geht schon mal nicht okay ja wie komme ich denn über das ding da bitteschön das ist auch so eine frage ich mir immer stelle wie komme ich jetzt über das eine ding da bitteschön das kann man ja alles schon das ist wirklich ein problem mit den springen aber fuck ich will aber ohne schweizer spieler blackmail von aber das ist so und das war das sieht zwar leicht aus als alle anderen was man alles andere gemacht haben aber in wirklichkeit ist es wirklich schrecklich ja das kann man schon mal so sagen und fuck ich weiß aber ohne weiter im ähm ich probiere mal kurz was ja irgendwie musst du ja drüber kommen ich muss speichern das gibt's ja gar nicht so speichern haben wir die schnatterpuppe speichern nein ach die waffe haben wir auch nicht mehr scheiße was haben wir überhaupt noch ach kacke wir müssen jetzt über das ding das wird ja tödlich also ich will gar nicht mehr wissen wie sie was überhaupt hier noch alter das ist doch scheiße ich komme da nicht drüber ich komme da nicht drüber nicht mal so eine kleine hilfe ich weiß es nicht ich habe keine ahnung wir können es ja immer wieder versuchen aber ich glaube scheiße das ist doch das kann man schon mal so sagen an der stelle aber scheiße es gibt es doch gar nicht ich will es unbedingt schaffen ich will ja mal let's play zu ende bringen weil es war ja immer in letzter zeit ist ja immer naja super leck mich doch letzter zeit ist immer so viel was man immer absaugen muss bei mir ist immer scheiße dann hältst du doch jetzt sagt du hast dich nicht angestrengt alter schnauze jetzt und alter ich bin so dumm das gibt's doch gar nicht warum muss denn das unbedingt das sein ich verstehe es nicht ich muss doch eh das ist wie in wirklichkeit wenn wir weit springen machen ich springe immer vor dem brett ab das genau dieselbe situation alter willst du mich verarschen eigentlich die frage ist kommen wir da überhaupt rum äh das ist doch nicht wahr alter äh das hat doch keinen sinn oder wir sind drüber ja toll aber das hat ja nur gar nichts gebracht toll spitzenleistung toll hast du es gemacht jetzt rack ja jetzt hab ich natürlich wieder zurück geschafft ist natürlich logik logik poppik so irgendwann muss es doch mal klappen man kann da ja nicht tausendmal fehlen das ist gar nicht möglich im universum des geschehens irgendwann muss ich doch hier drüber schaffen es kann sich nur noch um stunden dandeln es kann sich nur noch um jahre dauern leck mich leck mich leck mich blackmesser ja scheiße da kannst du dich aber immer was aufregend bei solchen spielen aber alter da kriegst ja die bocken das ist ja nicht wahr fallen bei silzen 10 lass mich doch wenchen da drüber alter mann ich raff es nicht wenn sie was scheiße gemacht haben dann ist es dieses scheiß springen ey das hat denn schon genug hier bereitet hier im blackmesser genug schaden am gop ich will doch nur da lösa logik ag cooper Ich werde es nie kapieren. Nie werde ich es kapieren. Scheißen, Dreck. Scheißen, Dreck. Alter, das kann sich doch nur noch ein... Alter, das kann sich nicht bringen. Wartet mal, ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Wenn ich hier durchgeschafft habe oder wenn ich es nicht durchgeschafft habe, dann werdet ihr das sehen. Bis dahin erst mal. Tschüss. Alter, ey. Ich kriege hier noch ein Pickel. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin kurz davor, das Let's Play abzubrechen. Wirklich, du schaffst es einfach nicht. Du fehlst hier wirklich. Ich weiß gar nicht. Ich bin bestimmt tausendmal, wirklich tausendmal an diesem Scheiß Teil gestorben. Ich schaffe es hier einfach nicht drüber. Verdammt nochmal. Alter, ich kriege die Pickel. Ich kriege alles. Och, Mann. Ich habe nochmal versucht nachzuladen, aber irgendwie... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man... Wie man so springen kann. Das ist ein Problem bei Black Maser. Aber... Das ist ja auch nichts Neues. Tja, fünf Stunden Aufnahme, zwei Stunden an den Ding hier verbracht. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, wochen schätze ich überhaupt noch aufnehmen. Ich will zum Schluss demonstrieren, dass es nicht hier weiter geht. Ich kriege den Pickel. Der absoluten Pickel kriegst du da. Also, wenn ich es mal wenigstens bis dorthin rüber schaffe, über das eine Teil. Alter, ich... Wird nicht mehr vor Freude. Das ist doch nicht wahr. Irgendwann muss es doch klappen. Das ist doch... Ich weiß auch nicht. Ich habe mir das mal von Kronk angeguckt. Der ist einfach drüber gejumpt. Das war vielleicht auch ein bisschen Glück oder können. Ich weiß es nicht. Wir haben heute kein Glück. Du musst so einen Millimeter genau bestimmt abspringen. Das ist das Problem. Tja. Hm. Was nun? Äh. Also, wirklich, ähm... Ich will jetzt nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Entweder probiere es jetzt weiter oder ich muss es leider Gottes abbrechen, weil... Du schaffst es einfach nicht. Du schaffst diese Scheiße einfach nicht. Ich weiß, ich schreck mich total auf. Ist mir auch jetzt erstmal... Schnurzpiep, aber... Das kann nicht sein. Dass wir kurz vor dem Ende hier drauf gehen und einfach wieder mal ein Let's Play abbrechen müssen. Leck mich doch. Das ist doch Scheiße. Ja, das kann ich auch so sagen, aber das ist wirklich, dass es... Ich weiß es nicht weiter. Äh, es ist... Äh... Ich weiß nicht, wie man... Ich verstehe ja, dass man es ein bisschen schwer machen kann. Wir spielen übrigens auf den leichten Schwierigkeitsgrad. Ich verstehe ja, dass man ein wenig ein bisschen knifflig Sachen draus macht. Aber doch nicht bitte sowas. Nicht bitte sowas. Wenn ihr schon im Blackmesser, ähm... Die Probleme hat mit den Springen. Warum um Himmels Willen baut ihr sowas verdammt nochmal ein? Ich verstehe es nicht. Ich kann ja tausendmal probieren, aber ich glaube, es wird nix gehen. Das ist einfach nur noch abgeranzte Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Ich... Also wenn... Ich will das einfach nicht abbrechen. Aber... Wie ich sehe... Kommen wir nicht drum rum. Wie ich sehe... Scheiße. Ich komm da aber nicht so durch, ne? Scheiße. Scheiße. Ja. Hm, naja. Ich kann nur noch stundenlang von den Geschichten erzählen. Wir werden trotzdem nicht weiterkommen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich... Ich verstehe es einfach nicht. Ich muss denn das verdammt nochmal so scheiße sein. Das ist doch... Einfach nur noch unfair. Vor allem, wo ich vorhin... Ich hab mal hier offline gespielt, da hab ich das geschafft. Na gut, dass wir ein bisschen tiefer. Aber alter, das geht doch nicht. Das ist doch... Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ähm... Wenn wir Dinge uns machen. Wartet mal. Aber ich glaube, das wird das... Gleiche Resultat bringen. Genau. Tja. Das wird mir ein Rätsel sein. Ich weiß nicht mehr weiter. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Du stoppst ja bei jedem Scheiß. Das gibt's doch gar nicht. Ich versuch's jetzt nochmal fünfmal. Wenn's da nicht klappt, muss ich's leider gar nicht abbrechen. Das ist doch scheiße langsam hier. Guck mal. Nein. Zwo. Drei. Vier. So, Freunde, jetzt reicht's mir. Ich probier's dann nochmal weiter, wenn's dann nicht klappt. Also ich weiß wirklich, wenn wir weiter. Ist mir egal, wenn ich die ganze Nacht hier sitze, ich will das schaffen. Bis dahin sag ich erstmal auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Letzfehl von Rätsel. Und auf Wiedersehen. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Alter. Ich hab diese Tonne. Diese explosive Tonne ist ab sofort mein Freund. Alter, leck mich am Arsch. Ja, das ganze laut sagen. Wiu, 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 wiu. Na komm, transformieren. Ah, das ist es auch. Oh, Alter. Da. Da kriegst du die Pocken. Wie viel ich am Anfang gefehlt hab, ne? Aber wenn's jetzt geht, ist es einfach ganz easy eigentlich. Und deswegen... Ich hoffe, wir fahren jetzt nicht hoch, sondern runter. Ich speichere mal. Ja, es geht ab nach unten. Alter, ey. Halt die Fresse. Das war ein Höllenritt, ey. Das war wohl das Schlimmste, was ich hier in Black Mesa hier gemacht hab. Ich war kurz vorm durchticken. Na gut, ich war beim... Durchticken. Okay. Da ist niemand mehr, ne? Kommen wir vorne mal hoch. Niemals. Ah. Da unten. Naja, warte mal. Ich muss hier mal kurz... Dingens. Okay. Alter, einmal und nie wieder, sag ich nur. Ja. Das war... Äh... Ich... Hab mich auf jeden Fall gefreut, also... Kann man machen. Ne. Na gut. Ah, hier haben wir noch Raketen, aber das heißt ja nix gut ist. Alter, das wird immer schlimmer, ne? So, Freund Blase, was willst du denn? Let's get the hell out of here. Okay. So, sie... Die sind da oben lang gekommen. Das ist doch jetzt sicher Dingens, oder? Ich guck mal ganz kurz darüber. Wegen wir noch näher? Okay, da müssen wir also dann... Darüber... Also kommen wir da auch wieder dorthin. Okay, das ist eigentlich... Hm. Ah, dass das so ne gute Idee ist. Weiß ich natürlich nicht. So, hier ist ein halboffenes Garagentor. Garagentor. Lade Daten. Ach, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Lade Daten, Bildschirm. Alter, ey. Ich bekomme hier langsam einen Nacken, ey. Alter. Ihr wisst gar nicht, was ich gerade für ein Grinsen im Gesicht habe, ey. Das ist unfassbar geil. Da haben wir einen Transporter, ey. Der hat Licht an. Kostet doch Energie. Na gut. Weiter, ey. So, gehen wir jetzt da hoch oder da lang? Da geht's ja bestimmt nicht lang, ne? Ja, ja. Mensch. Warte mal. Okay, dann müssen wir also beim Truck lang. Warte mal, Freundchen. Da drinne ist nämlich eine Selbstschussanlage. So, die haben wir eliminiert. Da guckst du, hm? Wie der Gordon sich schon durchschlägt. Oh je, wir kommen wieder raus, aber draußen ist natürlich auch brandgefährlich. Waa! Alter, was? Alter. Das wurden das nicht für Fischer? Aua. Aua. Macht er das? Ne, ich glaube nicht. Das bekommt er ausnahmsweise mal nicht hin. Ja, au! Das ganze laut sagen, Freundchen. Ach Gott, Half-Life 2 exakt. So, und da bin ich auch schon wieder, dass sie mir Half-Life 2 gerade wieder abgeschmiert. Warte mal, da explodiert gleich was. So, da ist natürlich jetzt Karneval da vorne. Ach, da ist ein Panzerhof. Ich nutze mal die Waffe. Okay, die ist eigentlich ganz cool. Die trifft dann trotzdem das Opfer. Okay. Ach, das waren die. Ach, guck mal, die haben auch dasselbe. Okay. Jetzt die Frage, geht's da rein? Nein. Dann mal schnell wieder raus. So, geh mal aus dem Weg. Hallo, geh mal aus dem Weg. Dankeschön. So, aber ich denke, das reicht erstmal für heute. Alter, ich hab mich genug aufgeregt. Und, ähm, wir sehen uns, denke mal, das nächste Vibe bei einer neuen Folge von Black Mesa, bei neuer Aufnahmesession, weil heute war ja endlich genug. Ich bin froh, dass wir hier angekommen sind. Ich mach mal hier eine Folgenpause an diesen formschönen Garagentor und sage schon mal Tschüss. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal und hoffentlich nicht mit so vielen Toten, ne? Weil mir ja das Beste helfen. Naja, ich verabschiede mich und auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Soll ich auch von Ihnen sagen? Also Tschüssi. Oh. Ja, ich hör doch schon auf. Ja, brauchst mich jetzt nicht zu bedrohen. Ich hör doch schon auf. Also Freunde, bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssi, Koski.